Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Heute zum Thema ein Herz aus Spinat. Viel Spaß! Musstet ihr als Kinder häufig auch Spinat essen? Viele mochten das Gemüse früher gar nicht. Dabei galt es schon zu Großmutters Zeiten als ein Lebensmittel, das gesund und stark macht. Kinderserien wie die vom Spinatmatrosen Popeye sollten uns motivieren, den grünen Blättern auf dem Teller doch mal eine Chance zu geben und lockten mit viel Kraft und Muskeln. Doch wäre damals wohl noch keiner auf die Idee gekommen, dass das Gemüse eines Tages dazu verwendet werden könnte, Herzgewebe zu erzeugen. Natürlich kann Spinat alleine niemandem Muskeln schenken, auch nicht den wohl wichtigsten Muskel unseres Körpers, das Herz. Aber das Gemüse hat ein paar physikalische Eigenschaften, die Biotechniker begeistern. Und damit meine ich nicht den Eisengehalt, der früher aufgrund eines Rechenfehlers dafür gesorgt hatte, dass man Spinat als Eisenbombe bezeichnete. Denn statt den berechneten 35 Milligramm Eisen pro 100 Gramm, enthält das frische Grünzeug in Wahrheit nur etwa ein Zehntel davon. Nein, ich spreche von einer sehr viel bedeutenderen Eigenschaft. Nimmt man ein handelsübliches Spinatblatt einmal genauer unter die Lupe, fallen einem auf den ersten Blick seine feinen, verästelten Strukturen auf. Die Pflanze besteht aus einem hauchdünnen Netzwerk von kleinen Venen, die sich durch das Blatt fädeln. Sie versorgen es mit Nährstoffen, ähnlich wie das Blutgefäßsystem in unserem Körper. An sich nichts Besonderes, doch zwei amerikanische Wissenschaftler brachte das auf eine ungewöhnliche Idee. Eines Tages aßen die Wissenschaftler zu Mittag. Und jetzt werdet ihr bestimmt gleich erraten, was? Richtig, es gab Spinat. Und obwohl man ja bekanntlich nicht mit Essen spielen sollte, fiel das den Forschern anscheinend richtig schwer. Denn anstatt die grünen Blätter zu essen, begannen sie die Pflanze genauer zu studieren und das verästelte Venengeflecht mit menschlichen Blutgefäßen zu vergleichen. So kamen sie auf die verrückte Idee, die Spinatblätter zur Anzucht von menschlichen Herzzellen zu verwenden und haben damit möglicherweise einen echten Durchbruch in der Medizin erreicht. Aber beginnen wir von vorne. Die Forscher des Worcester Polytechnic Institutes beschäftigen sich schon lange mit der Frage, wie man im Labor künstlich-menschliche Organe herstellen kann. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das große Problem in der Organzüchtung liegt nämlich darin, dass menschliche Organe eine spezielle Architektur haben, die gar nicht so leicht nachzubilden ist. Einzelne Zellen kann man gut in einer Petrischale anzüchten. Aber ein Organ wie unser Herz besteht aus ganz schön vielen Zellen. Genauer gesagt schätzt man, dass ein etwa 300 Gramm schweres Herz aus ungefähr 10 Milliarden Zellen aufgebaut ist. Und jede dieser Zellen erfüllt eine ganz spezielle Aufgabe und sitzt an einem dafür ganz speziellen Ort innerhalb des Organs. In unserem Herzen gibt es beispielsweise die Schrittmacherzellen, die unserem Herz den Takt vorgeben, indem es schlägt. Und dann sind da noch die Herzmuskelzellen, die die Eigenschaft haben, sich zusammenzuziehen. In der Fachsprache nennt man das Kontrahieren und zusammen den Herzschlag erzeugen. Es gibt aber auch Fettzellen und Bindegewebszellen, die unserem Herz eine feste Struktur verleihen und es von außen schützen. Ihr seht schon, das ist ein ziemlich großer und komplexer Apparat. Und selbst wenn man alle Zellen an ihrem genauen Ort positionieren könnte, sodass sie auch miteinander in Verbindung stehen, hat man auch ein ganz schön großes Problem, nämlich die Ernährung. Jede einzelne Zelle möchte mit Blut- und lebenswichtigen Nährstoffen versorgt werden. In unserem Körper übernehmen das haarfeine Gefäße, die sogenannten Kapillaren. Diese Blutgefäße sind etwa 10 Mal dünner als ein menschliches Haar und bilden ein verzweigtes dünnes Netz in unseren Organen, um wirklich überall lebenswichtige Stoffe, wie beispielsweise Sauerstoff, hintransportieren zu können. Kapillaren kann man bislang noch nicht künstlich herstellen. Aber die Wissenschaftler des Wyrchester Polytechnic Institutes haben herausgefunden, dass das vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Denn es gibt sie schon in der Natur. Na, klingelt's schon? Genau. Das menschliche Kapillarnetz lässt sich nämlich gut mit den verästelten Gefäßstrukturen in den Spinatblättern vergleichen. So kamen die Forscher also auf die Idee, auf den Spinatgefäßen menschliche Herzzellen anzuzüchten. Das geht allerdings nicht so ohne weiteres. Sie mussten dazu erstmal ein spezielles Verfahren entwickeln, mit dem sie die Spinatblätter von allen pflanzlichen Zellen befreien, bis nur noch ein Stützgerüst übrig bleibt, das dem Blatt seine Form gibt. Das Verfahren, was sie angewendet haben, nennt man übrigens Dezellularisierung, was so viel bedeutet, wie weg mit den Zellen. So ist es auch nicht erstaunlich, dass das vormals grüne Pflanzenblatt nach der Dezellularisierung eine fast durchsichtige Hülle bildet. Hier mal im Zeitraffer von sieben Tagen gezeigt. Darauf züchteten die Wissenschaftler im nächsten Schritt Herzmuskelzellen an. Und siehe da, tatsächlich waren die Zellen in der Lage, auf diesem pflanzlichen Gefäßgerüst zu überleben. Und nicht nur das, sie konnten sich sogar zusammenziehen, also quasi einen Mini-Herzschlag nachbilden. Hier seht ihr die Zellen rechts im Bild, mal unter einem hochauflösenden Mikroskop. Ich habe euch mal einen Kreis drum gemalt, damit ihr seht, wo sie genau liegen. Achtung, und jetzt sieht man was. Und weil es so schön war, kommt das Ganze hier nochmal in Zeitlupe. Und jetzt. Cool, oder? Hier seht ihr außerdem noch ein Video, bei dem die Forscher anschließend noch eine rote Flüssigkeit durch das Spinatblatt gegeben haben, um zu zeigen, dass dort eines Tages auch echtes menschliches Blut fließen könnte. Und wenn ihr jetzt denkt, das Ganze hört sich ja richtig abgespaced an, laufen demnächst alle mit einem Herz aus Spinat rum? Dann lasst euch beruhigen. Es ist noch ein langer Weg, bis das Experiment der Forscher tatsächlich in der Medizin Anwendung findet und alle bisher noch bestehenden Probleme dabei beseitigt sind. Bislang konnten die Forscher noch kein echtes, sichtbares, schlagendes Herz nachbilden, sondern nur einzelne Herzzellen anzüchten. Aber die Wissenschaftler haben gezeigt, in Zukunft könnte es möglich sein, Pflanzen wie Spinat als Basis für die Züchtung von menschlichen Organen zu verwenden. Herzinfarktpatienten oder Menschen, die dringend auf ein Spenderherz angewiesen sind, könnte damit irgendwann auf spektakuläre Weise geholfen werden, und zwar umweltfreundlich und ethisch unbedenklich. Vielleicht haben wir den Spinat ja lange Zeit unterschätzt und er könnte in den nächsten Jahren zu einer Pflanze werden, die uns buchstäblich am Herzen liegt. Bleiben wir gespannt!